hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am 20 mai 2019 mit dem engelbotschaft für heute die engel sagen dir heute lass los es gibt nichts worum du kämpfen muss die lösung für jedes vermeintliche problem wirklich für alles was du dir wünschst fließt dir ganz von selbst zu kampf basiert auf angst kampf basiert auf angst die spitze energie zacken freisetzt die wiederum ein hindernis im fluss des lebens bilden wie bei einem natürlichen strom der plötzlich über schafe klippen fließen muss das ist einer der gründe warum ängste und sorgen deine manifestationen zum stocken bringen wenn du deine sorgen loslässt und sie gott über gibst können wenn die dinge wieder leicht und schnell zu dir kommen lass heute alle probleme los durch die du dich angespannt fühlst dies kannst du tun indem du sie in eine liste aufführst diese an gott und uns engel adressiert und uns bittest dir zu helfen sie loszulassen allein allein deine bloße absicht zu diesem schritt wird dir von großen nutzen sein ein gedanke auch für dich für den heutigen tag sprich es einfach laut nach ich bitte gott und die die engel bei allem um hilfe ein anstatt zu kämpfen oder mir sorgen zu machen erzähle ich den himmlischen mächten von meinen ängsten ich bin jetzt bereit meine sorgen komplett loszulassen und stattdessen frieden zu empfangen das war die engelbotschaft heute ich sende dir ganz viel licht und liebe und frieden aus meinem herzen heraus und sage namaste bis bald deine valeria also